Bayerns Star Niabry nimmt Stellung zu Gerüchten um möglichen Abgang. Während seiner Pressekonferenz in Tokio äußerte sich Serge Niabry zu Gerüchten, dass er den FC Bayern verlassen könnte. Tokio, der FC Bayern München bereitet sich in Tokio auf ein Freundschaftsspiel gegen den japanischen Klub Kawasaki Frontale vor. Nach einer 1-2-Niederlage gegen Manchester City ist es das zweite Freundschaftsspiel der Asienreise des Titelverteidigers Deutschland. Vor der Rückkehr nach Deutschland steht dem FC Bayern noch ein Duell mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool bevor. FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale Es ist wichtig, sich auf die Bedürfnisse der Deutschen einzustellen. Wir trainieren. Hart und hart, aber natürlich spielen Jetlag und Hitze eine Rolle. Es ist immer ein Kompromiss, was notwendig ist, was sinnvoll ist, alles ist rational und vernünftig. Damit wir morgen auch Qualität einfordern können, erläuterte Trainer Thomas Duchel den Trainingsplan. Training in Tokio begeistert von Japan zeigte sich FC Bayern-Stülmer Serge Niabry, der dort seinen Sommerurlaub verbrachte. Eine Pressekonferenz ganz aufgeregt. Ich wollte für ein paar Jahre nach Japan, um die Kultur kennenzulernen. Ich habe hier eine sehr coole Zeit gehabt. Ich durfte bei Kawasaki trainieren. Ein großes Dankeschön an den Verein für die geleistete Arbeit, die mir sehr geholfen hat. Ich mag Tokio wirklich, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Deutsche Nationalspiele haben in den letzten Wochen gab es auch Gerüchte, dass es im Sommer Abschied geben könnte. Ich fühle mich sehr wohl und fühle mich wohl beim FC Bayern. Es gibt viele Gerüchte, vielleicht viele. Es gibt derzeit keine Gespräche, gab Niabry gegenüber dem FC Bayern zu und dementierte Interessenten ausdrücklich. FC Bayern München, Niabry will den Verein nicht verlassen. Thomas Duchel ist froh, das erzählen kann auch in der kommenden Saison auf den Offensivspieler. Als Trainer kann man sehr froh sein, ihn im Team zu haben, sagte der Trainer über seinen Lieblingsschüler. Mathestel hatte einen leichten Infekt und blieb im Hotel. Wir müssen sehen, ob das reicht. Ihm geht es gut, er verbessert sich im Training, ist Teil der Gruppe und kämpft um seinen Platz, lobte Duchel den Franzosen.